Hallo, ich bin der Cornelius und ich habe heute mit dem Programm Scratch gearbeitet, mit einem Spiel programmiert. Ich zeige das Ganze an. Also es geht darum, den Gegner abzuschießen. Den oben, den Schneemann. Du steuerst die Pommes frites? Ich steuer die Pommes frites. Und man muss dann ein bisschen programmieren. Zum Beispiel, das ist der Schneemann. Und da kann man einstellen, wie viel Leben der hat. Oder wie schnell sich der bewegt. Zum Beispiel, da kann man Sehnen hinlegen. Und dann bewegt er sich viel schneller. Oder wie oft er schießt. Der Einzelschaft. Dann schießt er ununterbrochen. Da schießt er ständig so. Okay. Und... Sonst stirbt es immer, ja. Ja. Also das ist dann das von den Pommes. Da kann man sich einstellen, wie viel Leben man hat. Oder... Wie schnell sich das bewegt. Und was passiert, wenn man stirbt. Und man kann praktisch alles selber zeichnen. Und... Ja. Das war's. Tschüss. Tschüss.